ich starte jetzt mit meinem stream mit meiner spielerei fang jetzt einfach mal an weil ich halt einfach nicht mehr aus aufnahme ist gestartet weil ich will da auch ein bisschen was aufnehmen hey dumme kronos ist da genau richtig es läuft alles in deutsch hdm ist hier leider nicht verfügbar das lass ich so oder genau das ist schön wie lange hast du gezockt gestern noch zur info für yo er spielt auch fünf stunden gespielt länger solltest du nicht streamen auf der suche nach wissen hat mich eine frage beschäftigt ich werde nichts mehr sagen muss es genießen unsere welt entstand die alten sind vor tausend jahren gestorben wir sind die alten und alles leben wurde ausgelöscht nee kann er gar nicht sein sie zeigte mir wie es wieder bewegen wurde ein ausgestoßenes mädchen unwissend um ihre bedeutung von ihr lernte ich dass das leben nur durch ein technisches wunder gerettet die auflösung ist so geil und mit ihr erfuhr ich das größte geheimnis das geheimnis ihrer geburt sie ist ein klon von elizabeth soberg zero dawns schöpfer geboren um die erneute ausrottung zu verhindern ich fühl mich so zurückgesetzt das war so episch der sieg wurde für die menschheit zur helde doch so nützlich sie auch war jetzt muss ich sie zurücklassen denn während sie gut machen will was hard ist zerstört machte ich eine neue entdeckung eine die zerstörung bringt und möglichkeit ein bisschen leiser machen lukka 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 ne ok neues spiel leute er schaut kobra kai hat mir das jetzt echt gehört ok hat er auch eine ps5 ja was verkauft never ich höre das game jetzt warte mal ist es bei euch vielleicht zu leise oder so soll ich ein bisschen lauter machen jetzt ist ein bisschen lauter glaube ich für euch als das game oder ist so besser sorry und ich mache das mikrofon ein bisschen weiter weg das ist so laut ok ich starte ich verkaufe auch keine konsole ok ich starte ein neues game zusammen mit euch ah ja ok das kommt jetzt wieder die große frage für mich spiel ich story oder einfach oder normal also ich werde mal sagen ich fange einfach an ok jetzt ist gut so jetzt ist gut so oder bisschen leise machen fast ein bisschen laut geh so machen wir es sehr schwer nein nein never oder jetzt am anfang ja ich spiel auf normal oder ich kann es ja immer noch umsteigen ok entdecken sieh dir die welt an um deinen weg zu finden oder geführt und markierungen und symbole auf dem bildschirm die dich auf deiner reise unterstützen also ich glaube ich geh nicht geführt oder ähm ich lass mich gar nicht führen in sowas ich mach das geführt leute ich brauch das achso nie wieder eine konsole besitzen sag das nicht das habe ich auch früher mal gesagt never es kommt der tag der tage ah lagerfeuer sehr gut ok der kontrolle vibriert wie geil ich will sofort dahin ja genau er kann später immer noch spielen ich muss da zuschauen Leute jetzt schon das geht aber schnell nein nein sie werden nicht verhungern Eloy ist da sie wird uns alle retten und nur ich kann es reparieren eben genau oh yeah ist das schön ja ein backup von Gaia der KI die das System kontrollieren soll das backup das backup ich sag's ja immer dieses geschissene backup Leute macht's echt ein backup aber jede Spur die ich finde verläuft im Sand nein boah diese gesichtszüge geil und jede Nacht habe ich denselben Traum boah es ist so schön mhm das ist die Mimik nein ich weiß Domi Gronus ich hab das vorhin schon mal gesehen voll blöd und wenn ich in der Mitte ankomme sehe ich dich Elisabeth du wartest auf mich obwohl du seit 1000 Jahren tot bist bist du noch am ehesten eine Mutter für mich eine Halskette oh Gott die riesen Kugel nur ganz kurz bin ich vollständig oh Leute wenn der Streamers lag das ist so ein Kack sie ist sie weg nein oh Backe nein muss ich mich jetzt gleich mal befreien oder das hat sie nur geträumt okay hm am Ende bin ich immer allein hm nicht allein da ist die Kugel die Erde tja das kann ich jetzt im Nachhinein glaub ich nimmer warte mal kann man das sie erhalten diese Ruinen da vorne sind meine letzte Spur meine letzte Hoffnung das Backup zu finden ich werde alles tun um es zu finden versprochen warte mal ich habe was gemacht ich habe es jetzt probiert schauen wir mal was besser wird du weißt dass ich diesen Namen hasse ja sie ist einfach als Strafe dafür dass du direkt nach unserem Sieg über Hades einfach weg warst ich war eine ausgestoßene weißt du noch ich halte nicht viel von Feiern what Hilfe nee oh nein also ich habe das vorhin schon mitbekommen so ein Mist bei uns irgendwie die Leitung spinnt hm nein oder hat es vielleicht etwas mit der Plage zu tun beides tatsächlich aber ich sollte ich habe dich so lange verfolgen es ist okay nach allem was du für die Nora getan hast und meine Familie habe ich geschworen dir immer zu helfen ich werde an dir kleben instabil steht daran schlechte Netzwerkverbindung ja ich habe es ich habe es gemacht aber ich probiere es jetzt nochmal okay aber wenn du mit mir kommst musst du sehen können was ich sehe Moment ich bekomme tatsächlich dein zweites Gesicht was nicht erkannt nein du Luca kannst du mal ganz kurz stoppen auf dem Gerät es gibt viel zu überreden ähm ich erkläre dir alles unterwegs ich schau mal ich weiß gar nicht ich weiß gar nicht hat er die Videosequenzen eigentlich runtergeladen oder sind die jetzt auch noch zum streamen hier keine ahnung ja voll das ist immer noch instabil gell stopp mal kurz Luca mach mal kurz aus keine Rucklung sehr gut Heilpflanzen die Farben das ist so geil ich habe jetzt die Bitrate runter ja okay boah 105 110 sehr gut danke okay heilen das ist eigentlich das gleiche das kenne ich also das ist eigentlich ähnlich gell oder ach das ist so schön da fühlt man sich gleich zu hause Leute du hast du kannst eine begrenzte Anzahl nur begrenzte Anzahl okay okay das können wir alles ja ich ich schaue jetzt mal ob das jetzt besser wird und probiere es nachher nochmal dass er schaut er wollte ja mitgucken eigentlich hier oh er fühlt sich gleich hier zu hause Leute ich muss mal doch oh yes oh yes das ist eigentlich genauso wie vorher bloß überarbeitet gell Leute das wird geil da kenne ich mich voll gut aus ich hatte ja schon eine echt ähm letztes Jahr haben wir gedacht wenn die da viel umstellen und ich mich nicht auskenne was mache ich dann aber das sieht gut aus voll cool man kennt sich gleich aus das ist das beste oh geil achso da lief es auch schon ganz gut achso das ist ja cool also Luca probier es mal nochmal ähm ich lasse es jetzt mal so wie es ist mal gucken Leute ah kleine Artefakte okay das ist blöd schau wir mal boah diese Haare boah das ist so schön ich muss mal den Warl nochmal gucken anschauen schau mal her bitte hier hallo schau her schau mir tief in die Augen mach doch nicht oh da ist ne Pflanze schnell 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 ah ok hüpfen docken ha 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 nein ich hoffe also die vollen Order ist ja echt also es ist ganz was anderes hoff ich und jetzt hier einfach weiter oder yeah yeah Eloy ich bin wieder Eloy ha 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 ups gehen wir mal kurz baden nicht übermütig werden für den Stream hier mal ein bisschen auch Bananenstauden und das Wasser das sieht voll anders aus what man sieht auf dem Boden ging das doch früher gar nicht ich weiß schon gar nicht mehr ich weiß schon gar nicht mehr ein Schmetterling wie geil so schön hä ich kann mich gar nicht heilen also ich bin voll oder wie zippe einmal um dich mit den heilenden Bären aus deinem Medizinbeutel zu heilen ja ok sammle heilende Bären hab ich doch hm ah der Fotosmodus wie geht jetzt das ah ist Fokus Fokus ich muss mal den Controller mal gucken ich habe noch keine Pfeile oder ne hm hä der sah doch im Ding ganz anders aus hä das sah denn sie da im Gameplay sah das irgendwie anders aus herstellen? kann man noch nicht leider aber das ist ganz gleich oh geil ich freue mich ich brauche jetzt nicht mehr dazu landen wo muss ich überhaupt hin da drüber oder? oder? ah ne da kommen wir nicht weiter ok flop flop Fotomodus ja ganz neu im Game Leute das ist so der Wahnsinn das ist so geil Bananenstauden wo sind die Banane? Bananas Schmetterlinge oder? ah schwimmen kann man da schon schwimmen? ne geht das schnell und flüssig Leute oh Gott Hilfe was tue ich hier wahrscheinlich muss ich in eine andere Richtung Gott wo bin ich? außerhalb der Karte ganz woanders ich muss doch da rüber gell ich bin erstmal so fasziniert von dem allgemein hier muss ich erstmal alles hier verdauen da geht es aber gar nicht lang hä? muss doch da drüben ey ah ah muss ich die erstmal alle einsammeln? so als Tutorial kann das sein? warte wo gibt es noch was? leckeres zum essen boah das ist so schön kann man da jetzt hoch oder was? da geht es gar nicht hoch Hilfe Viereck ist untertaunt ah ok kann ich doch da rein tauchen oder? ähm ja ähm üps üps flatsch muss doch da rüber gell oder? ich muss doch da zurück hä? ok doch ins Süden dann fang schon an und komm nicht weiter fünf stunden später hä? da geht es doch hä? ne ha hä hä überschaubar ok genau überschaubar ich überschaue jetzt gar nichts also muss ich doch hier dann hä? uah flatsch ouch es geht doch da hoch oder? nicht hier hoch doch muss hier hoch nein da geh ich mal ins Wasser da kann er tauchen hieß es oh ui 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 aber da geht es nicht weiter gell Fischis bin ich jetzt blöd oder was? ha ich bin zu nervös zum spielen Leute kann das sein? ich will jetzt da hin da muss ich doch hin oder? ich mach jetzt ne Markierung weil ich sonst hä? gibt's keine Markierung haha genau 20 stunden erstmal im ersten gebiet mal hier doch diese richtung ich laufe falsch oder wie? muss man da hochklettern? hä? wie kann man sich blöd anstellen? ha ha oben links hier oder was? nein da müsst ihr hochgehen da müsst ihr hochgehen oben links welches links? wasserfall? hey so sieht es aus geil ist die heilenden Bären ach da hab ich doch nicht alle erwischt ach das ist doch blöd doch das dass man da wie ein Tutorial spielen muss gell? ich will sie ja essen bitte ja aber man fühlt sich dann besser ok wir sollten weiter gehen ja will ich dann die ganze Zeit jetzt ja gute Idee schon 20 Minuten vorbei haha hast Sofakissen gekauft? oh schön koschliche hoffe ich ah jetzt ist es frei die Plage die Plage muss auf die Erde übergreifen untersuche die Plage äh pfer äh pfer äh ekelhaft oder? hh hh oben links ich oh was wo das ist das ist mein Mann würde sagen typisch ich oder typisch Frau siehe mehrere Wege nach unten mehrere Wege nach unten welchen Weg nehmen? ja genau wonach so einen Weg genau also hm hh 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 genau Hauptfest ist Beeren hh ein Regelwerk ok ne warts nicht kompliziert ich nehm den der sieht echt cool aus der Weg da oh das wollte ich gar nicht nein da war ne Kiste shit Ich wollte die Kiste holen. Okay, die ist... Ich hoffe, dass da nichts war an der Kiste. Die erste Loot-Kiste ist schon übersehen. BAM! Wie geil. Es fühlt sich so schön an zum Spielen, Leute. Das ist so... Ja, genau. Ja. Die alten von Ikea waren platt. Ja, die sind schnell platt, gell, von Ikea. Die Kissen. Und dick und der Stoff fühlt sich wertiger. Das ist sehr schön. Maschinen? Wo ist ne Maschine? Jetzt hab ich's nicht mitgekriegt. Irgendwo hier? Okay. Ich will nicht in die rote Grütze. Wo geht er jetzt? Wadl hin? Ich folge ihm. Unauffällig. Das ist Dome Kronos. Ich folge ihm. Ich folge den... Habe ich hier schon was übersehen, Leute? Ich hoffe's nicht. Okay. Ich glaub nichts. Oh, geil. Vielleicht Bären? Okay. Hier geht's entlang. Da ist was. Da ist was. Oh Gott. Ja. Ich hab keinen Pfeil. Ja, schnell weg. Ich brauch Pfeile, Leute. Ja. Ich brauch Pfeile. Ach so. Kann man... Echt? Kann man auch den Fotomodus... Oh yes. Oh yes. Halt. Hier geht's runter. Oh. Ja. Das ist ja wie Tomb Raider. Ich muss jetzt ein bisschen langsamer und hier mal die Pflanzen schön anschauen. Schaut mal die Blümchen. Die sind auch voll schön. Wie geil. Guck. Ah, schön. Ich bin wieder verliebt in das Spiel. Oh Gott, ja. Nee, bitte nicht. Oh Gott. Das wär was. Hilfe. No. Never. Ich würd sofort ausschalten. Ja, Pfeile. Yes. Schau sie dir an. Hose die alle. Eins, zwei, drei, vier. Alle gehören mir. Ich hab doch da schon tippt, oder? Muss man länger tippen. Nicht herstellen. Nimm sie einfach raus. Reinholz. Ja. Es ist voll, voll schön. Ach, das ist so. Ich kann mich gar nicht satt sehen von der Location. Oh, das sind Beeren. Die sind viel schöner gemacht. Ach so, jetzt sind's Beeren, gell. Kommen da noch andere Pflanzen? Da. Stellen wir ein paar Pfeile her. Äh, stellen wir ein paar Pfeile her. Aber, flatt. Reinholz. Sieht auch noch aus wie vorher. Sehr schön. Ja. Na, findet's gleich. Juhu. Und noch eine Beere. Wie geil. Ich hör' irgendwie Gewitter hier. Kann das sein? Schlechtes Wetter. Ja, ich will jetzt mehr Reinholz hier sammeln. Und dann? Halt die L1. Ja, wissen wir ja. So. Halt so. Und dann. Das kennen wir, ja. Juhu. Fertig. Pfeile sind bereit. Pfeile sind bereit. Oh, yes. Oh, das ist ein Fenster? Oh, das flackert hier. Schaut's mal. Ist das nicht im Stream? Nein. Eine Leitung. Ein gut platzierter Pfeil kann alles lösen. Ein gut platzierter Pfeil. Hier, oder was? Auf die Schloss, oder wie? Ist doch egal, wohin, oder? Oh. Ah. Bam. Es kommt noch so viel mehr. Hilfe. Ich brauch' Beruhigungsmittel. Ja, nee. Ich... Momentan hab' ich keine Fragen. Ich weiss doch. Weiss ich, wen ich fragen muss. Das ist sehr gut. Oh. Hier ist ein komisches Gewitter doch. Ja, was war das hier? Keine Ahnung. Weiss ich nicht. In der Übertragung, ähm... In der Nachricht stand es nicht. Nur, dass es hier ein Backup geben könnte. Ein Backup? Jetzt hab' ich schon einen Backup verstanden. Dass es hier einen Backup gibt. Ja, genau. Das ist das Tief. Die Leute waren aufgeregt, als sie merkten, dass du weg bist. Doch einige von uns meinten, dass du bestimmt etwas Wichtiges zu erledigen hattest. Ja, klar. Immer. Das hört sich gruselig an, dieses Gewitter hier. Ui. Ich glaube, da drüben ist doch irgendwie ein Eingang, oder? Boah. Das hört sich echt gruselig an. Oh, da ist Reinholz. Ich hol das Reinholz. Es wird bloß wieder ungewohnt, weil ich hatte ja diese Schildweberinnen-Outfits. Da konnte ich ja echt kämpfen und bin nie gestorben. Was war das? Und jetzt werde ich wieder sterben wahrscheinlich öfters. Am Anfang. Geht's da hoch? Wupp. Nee. Also ich muss das Fähnchen da das mal weg machen. Und ihr... Untersuche die Plage. Da war doch was. Das Zoll breitet sich schnell aus. Ja, der Backup. Zwei Schoko-Kurus-Maske. Und ein Backup. Was? Ich folge dir. Moment. Ein Auto. Und Bären, oder? Schnell mitnehmen. Man weiß nie, für was es gut ist. Sagt die Elo ja auch immer. Boah, das sieht echt cool aus. Wie war der Foto-Modus? Ich weiß gleich gar nicht. So, gell. Ist er genauso wie vorher? Ja. Ich muss ein Foto machen. Wow. Wow. Hui, das geht aber zackig hier. Spinne ich. Uiuiui. Das ist der Wahnsinn, was man alles machen kann. Nee, ich mache jetzt einfach mal ein Foto. Wie macht man Foto? Also, einfach Foto machen. Autofokus. Ein, aus. Okay. Ist das dein Foto-Modus? Ich glaube schon, gell. Voll cool. Yes. Plage nicht in den Mund nehmen, ja? Sieht so verdächtig rot aus. Nee, das sieht eklig ab. Das sind die... Da kann man sich wieder... Oh Gott. Wächter! Ich habe es gesehen, das Gras schäumt voraus. Was ist denn das? Hä? Wie willst du vorgehen? Der Fokus kann nicht... Wann? Scrolle? Das ist ganz anders. Das Auge, ja, okay. Das hat er hier wächt, oder? Oh! Oh, oh. Oh! Oh! Shit! Aber ist schon tot. Yes! Da kommt noch einer! Was? Oh! Oh! Nein! Wo denn? Wo ist der? Da drüben. Das ist ganz anders. Woa! Bam! Ich muss was... Woa! Nein, 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 nein! Woa! Keine Spinne! Nein! Nein! Uh! So was blödes! Voll peinlich! Da kommt noch einer! Ah, so, der andere ist schon erledigt jetzt, oder? Okay. Boah, ich muss mich echt wieder dran gewöhnen. Okay, konzentrieren. Konzentrieren. Ah! Wow! Wow! Uah! Ich gehe jetzt in Nahkampf über. Bin ich! Ah! Scheisse! Ich habe im Gras stehen, verstehe ich. Ja, der Aufregung über mein Verschwinden. Oh, Leute, ich muss mich echt wieder dran gewöhnen. Nein! Schluck! Ah, ja! Der hat der Counter 1. Das wird schon mit der Zeit, Leute. Ich muss da wieder reinfinden. So was peinliches. Ich glaube ja, beim ersten. Ersten. Versagen. Hilfe. Da geht ja schon gut los. Das war's jetzt, oder? Puh! Braunen Schluck. Hi, Benni. Du brachtest den Tod über mich. Ne, Quatsch. Um Gottes Willen. Ne, ne. So ein Quatsch. Also. Ich muss das wieder... Ich habe das einfach noch im Kopf. Einfach. Ich kann ja gar nicht sterben mit meinem Schildweberinnen. Aber ich kann jetzt wieder sterben. Das ist voll blöd. Das ist voll einprogrammiert. Ich muss da echt aufpassen. Ich habe noch keine richtige Rüstung. Ich habe nur so wenig Leben. Ich will zu meiner Mami. Ja, geht schon. Aber. Ich bin nicht mehr unbesiegbar. Ich muss da erst mal. Naja. Ich bin nicht mehr unbesiegbar. Bis zum nächsten Mal. Ich bin ne? Untertitelung des ZDF, 2020